Ich bete, dass du in Kraft dich hier bewegen kannst, bevor ich meinen Freund Ben segne. Und ich danke dir für diesen Mann Gottes, dass du ihn zu diesem schönen Ort hier gesandt hast. Und ich möchte ihn segnen, wo er jetzt in dieser speziellen Zeit ist. Gib ihm neue Kraft zurück. Erneue seinen Geist, aber auch seine Seele und sein Körper. Und ich kann das nicht verpassen. Oh Gott, gib ihm dieses Jahr eine Frau. Und ich bete in Jesu Namen. Und ich bete ernsthaft. Aber ich segne diesen Ort hier. Und ich segne Pastor Dimitri und das ganze Team. Ich segne Sharon, Raphael, Matze und all die Leibere. Befahre sie in diesem Jahr. In Jesu Namen. Und ich segne diese Leute. Und ich segne die Schule hier. Ich segne all die Ministries, die hier in diesem Ort sind. Und auch Europa schon bis dahin. Und ich segne alle, Ole Gunnar, Maxim, all die für diesen Dienst arbeiten. In Jesu Namen. Und das ist der Grund, warum wir dein Name erheben. Und wir singen alle zusammen. Und wir singen alle zusammen. Die Song that carried the glory of the Lord. Und während ihr eure Hände erhebt. Und während ihr eure Hände erhebt. Lift, hebt eure Hände hoch. Und singt alle zusammen. Alle zusammen singen. Alle zusammen singen. Alle zusammen singen. Und während ihr diesen Lied singt. Die Kraft Gottes wird hier kommen. Die Kraft Gottes wird hier kommen. Die Kraft Gottes wird hier kommen. Um die Kranken zu heilen. Um auch die Befandeten zu befreien. Aber um die Herrlichkeit an den Zustand zu bringen. Und deswegen singen wir mit unserer ganzen Kraft. Mit den Engeln zusammen. Mit den Engeln zusammen. Aufgrund der Kraft des Christes. Und 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 der Kraft des Christes. Wir gehen bei Gott, es ist in dieser Runde. Heilig, all creation Christ Heilig, you are lifted high Heilig, holy forever as you just worship the Lord I want to share this testimony and that the team can just grow last year in our place we have a network of churches and like here we send people to the streets and one of the ladies gets saved and a few months ago get baptized a few weeks ago but she has a very terrible disease which is the cancer last year when we started the year one of our prophets prophesied that we are going to have victory over cancer and that tumors will disappear and last year we had this breakthrough tens of testimonies of people healed from cancer as tumors and this lady having many cancers she arrived at the church it's a Friday night we had a prayer meeting and she arrived and she said friends it's the end for me they discover again a cancer she already had 17 surgeries and they said now it's gonna be the last one she's gonna go to the university hospital of Lausanne because you have a huge tumor again in your belly and we want you to sign a paper because there is almost zero chance that you can survive but if you don't do the surgery it's over the coming days and she signed a paper she went to her family to say bye bye she asked the pastor our pastor to prepare the funeral because she knew it was the end but she said pray for us so she went into hospital that church started to pray but not this prayer of the living room but not this prayer of the living room I just passed Christmas with my family also letztes Weihnachten with my family we did prayer in the living room around the fire the Christmas trees the kids crying moving and everybody is praying thank you Lord for Christmas thank you for granddad thank you for the gift just like a normal family at the house I don't do spiritual warfare with my family unless we are in trouble but then the church was in trouble there was one of a member who just got saved was taken by the devil about to die so the church started to fight and the lady was already at the hospital in Lausanne and when they started to pray not one minute but fighting against this spirit this demonic spirit the fire came in the church the people pray in fire at the same time the lady was laying at the hospital of Lausanne with a neighbor who was not Christian suddenly they said something is happening in this place we feel the burning we feel like there is fire in this place that was Saturday night when is a morning they prepared to go to the surgery and when the professor started to find out the ladies something had changed what's happening so they immediately in the MRI and when they went to the MRI they discovered that the tumors and all the things disappeared now listen they said it's impossible it was so big but it was so big what has happened what is there what happened she said well I came here because I'm a believer I gave my life to Jesus but I believed Jesus is the healer and they prayed for me and a fire came over me so they did an orthoscopy how you say that how you say that you know how it is what's the name Sharon she's the best when they go down endoscopy something like that so they went down to the intestine and when they arrived to the intestine they couldn't find the tumor but hashes of the tumor they took they removed the ashes and the professor came and they said we've never seen that and the professor came and said so what have we not seen in a human way it's impossible a tumor burned by a fire that we don't know and here are the ashes my friend God is the healer and he is the almighty God and ministry the power of God who heals he is here today if you are sick lift up your hands and say Lord Jesus heal me right now tell him heal me he is here today and as he healed this lady he can heal you right now in the name of Jesus Christ I ask you to put your hands on the place where you have faith where you need a miracle and actually many people who have tumor and cancer are going to be healed from that there is somebody there on the third row there is someone in the third row the Lord is just healing you right now I saw when I was praying in the car today where is this person who has a growth or like a throat tumor in the throat is here someone who has a growth or like a throat tumor in the throat where is this person here I know the Lord told me so clearly the third row somebody somebody at a throat tumor of cancer who is this person here lift up your hands quickly I want to pray because the Holy Spirit will burn this tumor who is this person somebody here please I don't be afraid I don't come tomorrow I want to pray right now if it's you lift up your hands maybe I miss the rope is there somebody here you have a growth in the throat and the Lord want to burn that in Jesus name I pray people just came here oh they are here to sing and that's the reason they are here in the name of stay where you are lift up your hands in the name of Jesus where are you from I'm sorry Germany lift up your hands put this back down they will look at that nobody will steal it Holy Spirit Heiliger Geist you are burning fire who is the power to burn the growth in the throat in the name of Jesus Christ Holy Spirit come and burn any trace of the enemy right now in Jesus name somebody in the left side you have a lymph problem the Lord is touching you right now lift up your hands live in Jesus name and release the power of the Holy Spirit be healed right now through the Holy Spirit everybody lift up their hands the Lord is moving here somebody just stare on the balcony you have a yule sir in the mouth the Lord is just reserving that right now lift up your hands move that's right in the name of Jesus in Jesus name not by mind not by power but through the Holy Spirit I release right now the power of God to heal your mouth in Jesus name anyone who has trouble with the mouth have faith in the Lord I release the power of God to the teeth every teeth has to leave every teeth has to leave rotten teeth has to be healed there is a miracle taking place in this place creative miracle that's what I'm looking this year and it's happening right now you have rotten teeth the Lord is removing the infection and he's giving you a brand new teeth you're gonna see in the coming days you have a brand new teeth in Jesus name be healed right Emily 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 your womb trouble is disappearing right every womb pain every womb trouble has to leave where is Emily where is Emily lift up your hands in the name of Jesus I release the power of God over you Emily be healed in Jesus name the power of God is everywhere here it's not a healing service but where the king of glory is there is a healing presence if you need his healing presence let's sing it and welcome his healing power right now lift up your hands and be healed in Jesus name in Jesus name I see the very strange number this last year I had that in many places sometimes was phone number sometimes was just the last digit of the credit card and today I see the number 45 762 that's right and the Lord said you have 45 years you have 45 years the 7th June 767 June you had a problem but also you had a great thing but also you had a great thing and I think that was the last year maybe a few years ago and I think that was the last year maybe a few years ago but you know exactly what this means the 7th June it was one great thing and one demonic thing there was a great thing there was a great thing but also you had a great thing regarding the demonic things and now the pain that came and I break this curse because it was an assignment from the table so I set you free right now and I pray for healing and I pray for healing and I pray for healing no trauma and that there is no even things and no even things in Jesus name and there were no other things that was coming from the Lord that was coming from the Lord and the Lord said that was from me and I want you to go back to what's happened the 7th June I gave you something and you need to take back and you need to cultivate it because it's a gift it's something that will help you it's a blessing from heaven in Jesus name I don't know if somebody can say it's me I would love to lift up your hands here we are in Jesus name I release the power of the Holy Ghost over you may Tachana be free from the bad things and I release the water of the Holy Ghost feed this blessing from the Lord one more time leave your hands as the presence is here he is here to heal the sicker if you are at home know my mind or by power but through the Holy Spirit be healed right now every eye's cataract cataract leave this place in the name of Jesus I pray somebody here on the stage and I pray someone as a handkerchief the Lord wants to heal one of you one of the team here or I don't know there is somebody behind no no it's here you have a handkerchief and the Lord wants to heal you somebody on the stage in Jesus name where is this person you have a pain in the handkerchief and you in Jesus name I release the water of the Holy Spirit I command the faith to leave the mercy and the nerves to be healed in Jesus name there is somebody in the middle here I am not sure if it's behind the camera but you have like a black spot or stain on the eye Jesus is the greatest surgeon and today he will remove this thing with no doubt who is this person? just there you have a black spain stain or things that's right the hand of Jesus with the greatest optician with the greatest surgeon not only touching you now but all those who have eyes problems just put your hands on your hands and I know the Lord Jesus who touch through your eyes in Jesus name with the gift to do miracles and I remove with the Holy Spirit this stain this black stain over your eyes I remove in Jesus name friend I want you run to the restroom you clean your eyes with water and you will see properly and you will see that the stain has disappeared run quickly to the restroom and have to clean now your eyes as the power of God is over you it's happening it's happening that's why we sing one more time with all our strength the power of God is in this place the power of God is in this place thank you holy God invade this place with the glory the glory forever as everybody remains stand if you are but Psalm 24 says the earth is the Lord's and everything in it the world and all its people belong to him for he laid the earth's foundation on the seas and built it on the ocean who may climb the mountain of the Lord who may stand in this holy place only those whose hands and hearts are pure and who do not worship either and never tell lies they will receive the Lord's blessing and have a right relationship with God their Savior send people they seek you and all ship in your presence O God of Jacob O God of Jacob Verse 7 Open up ancient gates Open up ancient doors and let the King of Glory enter who is the King of Glory the Lord strong and mighty the Lord invincible Der Herr, der unbesiegbar ist, unbesiegbar ist, ich sage der Herr, unbesiegbar ist, sicher, der Herr ist unbesiegbar, unbesiegbar im Kampf, open up and stand those, open up gates, und let the King of Glory enter, und das der König der Herrlichkeit einziehen. Wo ist der King of Glory, der Lord von Heavens All the Germans, the French, the French, the French. Can we give a big clap for the Lord, the King of Glory? He is here today. I send the King of Glory to his place. Can we give a big shout, shout of joy, shout of victory. And we declare 2024 is the year for the King of Glory to enter Germany. 2024 is the year for the King of Glory to enter our house. We declare 2024 is the year for the King of Glory to enter your house. To enter your school. To enter your school. To enter Europe. In the name of Jesus Christ. If you believe it, shout a big hallelujah. You may be seated. The power of God is in this place. Thank you so much, Tim. My friend Vince, fantastic. At the beginning of this year, I started to fast. I'm very happy because today I stopped my fast. And I'm glad you're going to start your fast. Und ich bin froh, dass ihr jetzt mit eurem Fasten anfangen. Also betet für mich, wo ich morgen wieder nach Asien gehen werde. Mit Maxim und dem Team. Und auch meinem Zwillingsbruder, Matthäus. Und wir werden starten mit Asia shall be safe. Und ich werde es nicht leiden. Aber ich werde helfen, etwas zur Geburt zu bringen. Um etwas zu tun, was hier in Europa passiert. Ah, und ich werde wieder zurück zu meinem Kontinent kommen. So lange wir den Teufel noch nicht endgültig aus Europa rausgekickt haben. Es gibt noch vieles hier zu tun in Jesu Namen. Aber während ich gebetet habe und den Herrn gesucht habe. Was möchtest du für dieses Jahr? Und er hat gesagt, Jean-Luc, erinnerst du dich 2023? Ja, Herr, du hast so klar geredet zu mir. Das war 2023. If you go to my YouTube channel, every year I do a prophetic word. And if you go for what I've done the last year, you will be highly blessed. Because I do believe what the Lord declared over a year. It's not just for the year. It's still something happening unavailable. And last year the Lord said, you have five from 23. He said, I've prepared a feast, a royal meal. For you in front of your enemies. And it's something strong. I had a strong revelation. Go to my YouTube channel. You will be blessed by this teaching. Where in front of the enemies. In front of challenges. And 2023 was a challenge here. And I have a good news. 2024, there will still be challenges. And 2024 wird es auch Herausforderungen geben. But when we are in front of enemies and challenges. There is a unique opportunity. And it happens only where we are when we are in challenges. It's not when we are on vacation in Caribbean. It happens only when we are in front of enemies. The Lord invites us. To go to his private place. And where himself. And he has prepared a royal meal. And he wants to feed you. With supernatural food. That you can defeat the enemy. And you can fulfill your mission. And really fulfill your mission. I said Lord I know about that. And you even said that you will honor us. By anointing us with your oil. And our cup will overflow. With blessings sir. And I bless you today. And I release this water. That the anointing of the Lord. Will keep flowing to your head. And that your cup. Is not empty. And that your cup may overflow. With the blessing of the Lord. With the blessing of the Lord. But I said Lord 2024. And I had things that I grasped in the spirit. And one of the things was when I was praying for here. And one of the things was when I was praying for here. I received a few things sir. But then at the end of my fast. I mean this week. The Lord said. It's Psalm 23. It's Psalm 23. And 2024. It's Psalm 24. It's Psalm 24. The Lord is so amazing. It's easy. It's complicated. It's not complicated. So I went to Psalm 24. And we are just ready today. And today I want just to go with a few points. Und ich habe herausgefunden, die Deutschen sind nicht wie die Franzosen. Die Franzosen sind etwas poetischer. Wir freuen uns, fröhlich frei zu sein. Aber die Deutschen... Ihr Deutschen, ihr braucht Punkt 1, 2, 3, 4... Also, wo ich jetzt hier in Deutschland bin, dann passe ich mich an. Also, der Herr ist Herr. Und er hält die ganze Erde in seiner Hand. Und ich möchte damit anfangen. Psalm 24 ist sehr klar. Die Erde gehört dem Herrn. Und alles auf ihr. Und sogar da, wo du wohnst. Es ist für den Herrn. Und die Welt und all ihre Menschen gehören ihm. Mein erster Punkt ist, wir müssen uns an heute erinnern und die nächsten Tage. Wenn wir die Fernseher mit schlechten Neuigkeiten wieder anmachen. Wir könnten vielleicht Angst vor der Situation haben. Ich weiß nicht, ob du es diese Woche mitgekriegst. Und da ist jetzt noch ein weiterer Ort im Krieg. Oh Gott, die Amerikaner, jetzt reifen sie woanders wieder an. Und Russland, die wollen die Ukraine zerstören. Was auch immer noch passiert. Er ist alles schützend. Aber wir müssen uns daran erinnern. Gott ist Gott. Er ist der Herr der Herren. Er ist der Alpha und der Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der allmächtige Gott. Er ist der Gott, der über allem ist. Er ist der Schaffer von allen ganzen Universen. Er ist unser Schaffer. Und er kümmert sich um uns. Weil wir ihm gehören. Gott ist Gott. Gott ist Gott. Und ich habe gute Neuigkeiten. Wenn Gott Gott ist, dann sind wir nicht Gott. Also das ist wirklich eine wichtige Offenbarung. Wenn Gott Gott ist, dann sind wir nicht Gott. Aber wir sind seine Kinder. Und wir sind so dankbar, dass unser Gott noch nie die Kontrolle von allen verloren hat. Und er wird sie auch nie verlieren. Aber dann sagen wir, was passiert denn gerade? Der Herr ist doch nicht mehr da. Ich sage euch, der Herr ist wirklich da. Er ist auf seinem Thron. Auf einem herrlichen Thron, wo ich gerade rüberliegen werde. Und er kontrolliert es in seiner Hand. Und ich liebe dieses Lied. In seiner Hand. In seiner Hand. In seiner Hand. Let's sing it together. Let's sing it together. Vergiss dieses Lied nicht für dieses Jahr. Während wir hier auf der Welt sind, sind wir in seiner Hand. Und das sagt die Bibel. Aber die Bibel sagt auch, dass am Ende, dann wird Tragödien sein. Und da werden Erdbeben sein. Und wirklich Kriege. Aber die guten Neuigkeiten sind, aber die Prophetie, die Isaiah gegeben hat, vor hunderten von Jahren, erfüllt sich jetzt in Front von unseren Augen. Jesaja 61 sagt, Dunkelheit, so schwarz wie die Nacht, ist über der ganzen Erde. Aber die Herrlichkeit des Herrn steigt und erscheint über dir. Und der Herr sagt, steh auf, erhebe dich, erhebe dich, und lasst dein Licht scheinen, dass alle es sehen können. Weil die Herrlichkeit des Herrn über dir aufgeht. Mein Freund, die Dunkelheit ist auf diesem ganzen Leben. Das ist die Wahrheit. Und es wird vielleicht noch dunkler. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Während die Dunkelheit kommt, während der Teufel seine letzten Karte ausspielt, nicht seine beste, seine letzte Karte, wird die Herrlichkeit des Herrn sich erheben, wie noch nie zuvor. Und ich habe gute Neuigkeiten hier. Diese Herrlichkeit des Herrn, die wird nicht irgendwo hingen. Die Herrlichkeit des Herrn wird auf dein Leben sich niedersetzen, 2024. Die Herrlichkeit des Herrn wird auf dein Leben kommen, dass du aufstehen kannst und dass du scheinen kannst in Jesu Namen. Punkt zwei. Er ist ein heiliger Gott, der in einem heiligen Ort wohnt. Und ich glaube, dass Gott Schweizer ist. Weil er liebt, und er liebt die Berge. Er lebt dort. Und ich lebe in den Schweizer Halten. Also wenn du auf meine Social Media also wenn du auf meinen sozialen Kanal teile ich jede Woche Heilungszeugnisse, was der Herr tut. Ich bin sehr aktiv auf Instagram und Facebook, weil ich automatisch reposte. Aber bevor ich hierhin gekommen bin, habe ich einen schönen Ort geteilt, in meinem Büro sitze ich, sitze in meinem Wohnzimmer und bin vor den Alpen. Weil ich auf den Alpen wohne. Und da haben wir gerade viel Schnee. Fünf Minuten brauche ich nur. Und dann kann ich schon Skifahren. Es ist das Paradies. Es ist so friedvoll. Und ich liebe diesen Ort. Und ich glaube auch, der Herr liebt Schweiz. Und ich habe gute Neuigkeiten für euch. Er lebt in der Schweiz. Er lebt genauso auch in Eimeldingen, in dieser Region. Aber die Wahrheit ist, er ist für die Berge. Ein heiliger Berg. Ein Berg, wo die Herrlichkeit des Herrn ist. Psalm 48 heißt es, Vers 1, Wie großartig ist der Herr, our deserving of praise. Er verdient unseren Lobpreis, in der Stadt unseres Gottes, die auf dem heiligen Berg sitzt. Und sie ist hoch und erhoben. Und die ganze Erde jaucht sie zu sehen. Und das ist mein Gebet für euch. Dass dieses Jahr du siehst diesen Berg. Du siehst diesen heiligen Ort. Und dass du zu diesem heiligen Ort hin gehen kannst. Und ich hatte durch Gottes Gnade die Ehre, ein paar Mal zu diesem Ort zu gehen. Und es hat mein Leben verändert. Und das ist der Grund, warum ich so froh bin im Lufthal. Ich habe auf dem Planet Erden noch nie gehört. Den gleichen Lobpreis im Himmel gehört wie hier. Und ich liebe, was ihr hier tut. Ich liebe meinen Freund Jeremy Reder. Letztes Mal in Reading, als ich auf der Szene war, Jan Johnson, Austin, das ganze Team, die haben gespielt. Ich bin einfach im Geist geflogen. Unglaublicher Heilung. Das war der beste Heilungsgottesdienst. Schaut mal auf YouTube, der findet ihr. Aber ich habe noch nie die Lieder des Himmels. Und ich bete, dass Gott diesen Klang des Himmels kommt. Und das ist der Grund für das Fasten. Gebet ist der Schlüssel, in diesen Ort zu gehen. Es wird dir helfen, um deinen Geist zu öffnen, um dein Fleisch zu töten. Und 2024, mein Freund, ist das Jahr, um unser Fleisch zu töten. Und Ja zum Geist zu sagen. Und unseren Geist zu entwickeln. Mit dem Heiligen Geist zusammen. Und wenn du das machst, dann wird es dich zu diesem Ort bringen. Wie David, er war da. Und deswegen kann er das sagen. Er hat gesagt, ich habe sie gesehen, die Dinge. Ich habe nicht nur davon gehört. Und ich war wirklich beeindruckt. Und er wurde berühmt. Und die gute Neuigkeit ist, der Herr, der der Heilige Herr ist, er lebt auf diesem Heiligen Berg. Aber da gibt es eins, was wir nicht vergessen dürfen. In Vers 4 heißt es, die Könige der Erde, die haben alle Kraften gebündelt, und sind gegen diese Stadt gekommen. Und heute passiert es. Hier mache ich jetzt nichts Politisches. Aber ein Mann wurde diese Woche gewählt von einem Nachbarnort, Nachbarnland. Dieser Mann, der ist unglaublich. Aber der Mann lebt etwas Falsches. Er lebt nicht das, was die Bibel sagt. Und ich kann das jetzt hier nicht offensichtlich sagen. Ihr wirst es selbst herausfinden. Aber jemanden zu erwähnen, in die höchste Position, der in so einer Sünde lebt, das zeigt, dass das der Teufel ist. Und der Teufel gegen das Königreich Gottes kommt. Gegen das Prinzip von Gott. Aber die gute Neuigkeiten sind, wenn diese Könige, diese Feinde, diese Präsidenten der Nationen, wenn sie ihre Kraft bündeln gegen den Herrn, in Vers 5 heißt es dann, aber als sie die Stadt der Herrlichkeit gesehen haben, dann waren sie so beeindruckt. Und sie waren voller Furcht. Und sie sind weg. Wir sind jetzt hier in einer Saison, in einer Zeit, wo die Herrlichkeit Gottes so sichtbar sein wird, dass sie, die aufprobieren uns zu stoppen, dass sie, die aufprobieren uns zu stoppen, die gegen den Heiligen Geist kommen werden, die gegen den Heiligen Geist kommen werden, die gegen den Heiligen Geist kommen werden, gegen die Heiligkeit Gottes kommen. Die gegen diese Heiligkeit Gottes kommen werden. Sie werden durch die Herrlichkeit Gottes berührt werden. Und sie werden voller Angst zittern. Und sie werden wegrennen. In Jesu Namen. Und in dem Psalm heißt es, wir haben von dieser Stadt Gottes gehört. Aber jetzt haben wir sie selbst gesehen. Und ich bete, dass ihr fähig sein werdet, diese Stadt zu sehen dieses Jahr, dieser heilige Ort. Warum ist das ein heiliger Ort? Weil der eine, der regiert und dort regiert, ist ein heiliger Gott. Und dieses Jahr glaube ich wirklich, dass dieser heilige Gott seine Heiligkeit offenbarung wird in der Gemeinde, wie er es noch nie zuvor gemacht hat. Und ich weiß, in der Vergangenheit waren Erweckungen. Und wir sind jetzt in dieser Saison angekommen. Und diese Stücke, die Fragmente der vergangenen Erweckungen zusammenkommen. Und das Erweckung, die Erweckung, die wir sehen werden, die schon angefangen hat. Und das sind diese Fragmente, die DNAs aus der Vergangenheit kommen zusammen. Diese Bewegung der Heiligkeit, diese Bewegung der Heiligkeit, eine wichtige Bewegung. Und sie kommt wieder in die Heiligkeit. Nicht, weil wir das jetzt provozieren wollen, mit unserem Fleisch. Weil der Heilige Geist wird uns die Offenbarung bringen des Heiligen Gottes, der durch absolute Reinheit georganisiert wird. Gerechtigkeit und morale Perfektion. Die Attribute der Heiligkeit signifies God's Transcendence und wie er ganz abgesondert ist. Von alles abgesondert, von was irgendwie unrechtlich ist. Und wenn wir diesen Heiligen Gott haben, und das zeigt die Wichtigkeit des Laufens, wirklich diese Anbietung, diese radikale Gehorsam. Punkt 3. Wer kann den Heiligen Berg Gottes climben? Und das fragt die Bibel. Dieser herrliche Ort. Wer wird fähig sein, diesen Berg hochzusteigen? Und der Herr sagt, fragt wer? Das heißt nicht, dass es wirklich so schwer ist, dort hochzudrigen. Wir müssen nicht nur hochspazieren, wir müssen klettern. Und da ich in den Bergen wohne, liebe ich jetzt zu klettern. So heute. Wenn das Schnee ist wie heute, dann gehe ich wirklich mit den, dann gehe ich mit den Kletterschuhen hoch. Aber wenn du ganz oben bist, die Aussicht, Himmel, die Gegenwart Gottes, ich möchte euch sagen, da ist ein Berg, den ihr hochklettern müsst. Und ihr möchtet ihn hochklettern. Und es kostet etwas. Anstrengung. Ihr könnt nicht nur schauen und andere dabei zuschauen. Ihr müsst eure Wanderschuhe anziehen. Ihr müsst eure Rucksack. Rucksack, genau. Ihr Backpack und geht hoch. Mit Kühnheit. Und mit Sicherheit da hoch. Und der Herr sagt, wer kann denn da hochgehen? Und wer kann dort oben stehen in diesem Heiligen Ort? Und die Antwort ist so klar. Nur die, deren Hände und Herzen rein sind. Die keine Götzen anbeten. Und keine Szenen erzählen. Und sie werden die Segnung Gottes empfangen. Und eine rechte, reine Beziehung mit dem Herrn Retter haben. Meine Freunde, wenn wir über die Heiligkeit reden, der religiöse Geist, die Leute mit der Gesetzlichkeit, die sind überall in Europa, die nehmen dann diesen Vers, die nehmen ihn, um mit diesem dämonischen, religiösen Geist dorthin zu gehen. Und dann kommen sie Sonntagmorgen hier an die Kasse, auf YouTube geht und die sagen, ihr habt doch gar keine Beziehung zu Gott, weil ihr nicht heilig seid. Da ist keine Erweckung in Deutschland und da ist noch keine Herrlichkeit bei dir zu Hause, weil ihr voller Sünde seid. Auf eine Art stimmt es ja. Aber dahinter ist ein religiöser Geist, den hasse ich am meisten. Weil dieser religiöse Geist ist nicht ein Geist, der uns erheben möchte. Das ist ein Geist, der uns anklagen möchte. Und er bringt sie immer weiter weg von der wahren Heiligkeit Gottes. Und deswegen, Gemeinde Europa, und deswegen schütteln wir diesen dreckigen, dämonischen Geist ab, der durch die Religionen kommt. Und hauptsächlich direkt aus der Heiligkeit kommt. Und lasst uns den Heiligen Geist willkommen heißen, dass wir die Bibel lesen, und den Herrn, dass er unsere Gedanken transformiert. Und mit dem Heiligen Geist dieses Wort empfangen und verstehen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Ich kenne ihn persönlich. Ich diene ihm seit so vielen Jahren. Er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Und er duldet ihn nicht. Aber in anderer Sicht, er sehlt sich nach Beziehung mit uns allen. Gott wird dich nicht bestrafen. Du kannst keine Beziehung mit mir haben, weil du nicht richtig lebst. Darum ist Gott nicht. Mein Gott ist ein heiliger Gott. Aber er hat so ein großes Herz. Und wenn du von der Dreck bist, durch irgendeinen Grund in deinem Leben, und kein heiliges Leben lebst, da kommt der Heilige Geist. Und ich bitte, dass Loppe ist, der Heilige Geist er möchte dich jetzt berühren, er möchte dich jetzt berühren, er möchte dich überführen, von Sinn überführen, und dich nicht erlassen, und dir erlauben, um Jesus zu sehen, dass seine Arme, seine durchgenägelten Arme durchzeigt, um auf dich hinzugehen, und sie zu sagen, meine Gnade ist genug, komm zu mir, und zu kehr um von deiner Sünde. Ich habe alles bezahlt, um dich reinzuholen. Roman 3, Vers 22, heißt es, es ist nicht durch unseren moralischen Dienst, oder durch unsere Aktivitäten, oder durch unser starkes Gebet, wir sind mit Gott recht geworden. Das sagt Römer, dass wir unseren Glauben in Jesus bringen. Und das ist für jeden wahr der Glauben, egal wo. Und heute, wenn du dein Leben noch nie Jesus gegeben hast, und du lebst noch in Sünde, setz deinen Glauben in Jesus, und rufe seinen Namen an, und er wird dich retten. Und wenn du kein heiliges Leben lebst, die Bibel ist so klar, Hebräer 12, Vers 14, heißt es, ohne die Heiligung, wird niemand den Herrn sehen. Niemand in diesem Ort, oder in diesem Haus, kann den Herrn sehen, wenn ihr nicht geheiligt seid. Und wie könnt ihr geheiligt werden? Durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Er wird dich heiligen. Und ich propheziehe über euch für dieses Jahr. Ihr werdet geheiligt werden. Ihr werdet das heilige Leben leben. Weil das Wort Gottes und der Heilige Geist dich verändern werden. Und dir die Kraft geben wird, dieses heilige Leben zu leben. Um fähig zu sein, Nein zur Sünde zu sein. Und ich möchte euch gute Neuigkeiten sagen. Jeder ist versucht. Und sogar Jesus, er war versucht. Direkt vom Teufel. Aber die guten Neuigkeiten ist, wenn du verwirrt wirst, durch Pornografie, durch unheilige Sachen, die gute Neuigkeit ist, dass du Nein dazu sagen kannst. Aber durch deine Eigenkraft schaffst du es nicht. Du kannst es nicht durch dein Fleisch heraus sagen. Du kannst es durch den Heiligen Geist sagen. Und deswegen brauchst du die Salbung des Heiligen Geistes. Und du brauchst das Wort Gottes. Du brauchst das Wort Gottes. Und er hat versprochen. Du wirst den Herrn sehen. Und du wirst deine Herrlichkeit sehen. Und dann sieh mal Vers 5. Du wirst den Segnung des Herrn empfangen. Und eine rechte Beziehung haben. Und das proklamiere ich über dich, mein Freund. Dieses Jahr ist nicht mehr die Zeit für... Es ist nicht mehr die Kampf für die Beziehung mit Gott. By the way, you are amazing. We can give him a big clap. Es ist kein Kampf mehr für die Beziehung. Punkt 4. Um den Herrn zu suchen. Und seine Gegenwart. Solche Leute wie wir. Die hungrig sind. Die wird der Herr transformieren. Das sind die Leute, die diesen Heiligen Berg klettern können. Und die Bibel sagt, dass solche Leute, sie werden den Herrn suchen. Und in seiner Gegenwart angehen. 2024. Und ich muss jetzt schnell in diesem Punkt sagen. Aber ich glaube, es ist eine Zeit, den Herrn zu suchen. Nicht nur um Soaking zu sein. Aber ihn zu suchen. Soaking ist nicht Soaking. Soaking ist nicht Soaking. Es ist gut zu Soaking. Und ich muss mich auch auffüllen lassen. Und wirklich gefüllt zu sein. Aber ihr müsst ihn auch suchen. Und den Herrn zu suchen ist genauso auch das Fassen. Auf die Knie gehen. Und ich schlafe nicht zu schlafen. Und nicht nur schöne Musik hören. Aber ihn suchen. Sag ihn, Herr, ich bin so hoffentlich. Ich bin so durstig. Ich möchte dein Angesicht sehen. Zeig mir dein Angesicht her. Wie Moses es gebet hat. Zeig mir deine Herrlichkeit. Und das sind dann die. Und die werden das sehen, die das Heilige Leben leben. Also dieses Jahr ist es eine Segnung. Und fähig zu sein, den Herrn zu suchen. Und die guten Neuigkeiten sind. Während ihr ihn sucht, wird er sich euch offenbaren. Und während er euch offenbart. Kommt seine Herrlichkeit auf euch. Und seine herrliche Gegenwart. Ist verbunden mit der Heiligkeit. Und ich möchte es hier schleißen mit dem Hauptpunkt. Heiligkeit. In der Perspektive durch den religiösen Geist. Dann ist es fleischliche Aktivität. Um Heiligkeit zu suchen. Und ich bin sicher, ihr wart schon in so Treffen. Die durch einen super Lobpreis bin. Nicht hier, an anderen Orten. Und sie fühlen, wir müssen jetzt die Heiligkeit Gottes singen. Und dann nehmen sie das Mikrofon. Und dann, Gott ist heilig. Wir müssen heilig sein. Und sie singen, heilig, heilig, heilig. Aber die Realität ist, sie gehen so weit runter. Das ist ein Geist, der Depression bringt. Und dann gehen sie dich fest. Oh, wir müssen heilig sein. Aber die Realität ist, sie kämpfen hier von der Wohnung. Aber was sie im alltäglichen Leben leben. Was sie die Tage vorher gemacht haben, die Wochen vorher. Dass sie kein heiliges Leben haben. Und sie probieren es zu machen. Und sie sagen, oh, heiliger Gott. Heilig, heilig, heilig. Und es wird so depressiv. Und jeder sitzt auf dem Stuhl. Du schläfst schon ein. Außer die, die sich selbst kreuzigen, kannst du ein. Wir müssen heilig sein. Aber ich habe gute Neuigkeiten für dich. Wenn die wahre Offenbarung der Heiligkeit kommt, dann tut das der Heilige Geist, sein Werk. Sein Werk des Heiligen Geistes nicht das Fleisch ist. Und wenn die Heiligkeit offenbar ist, dann bringt sie uns niemals runter. Wir können auf dem Boden sein, auf unseren Knien. Wir können uns auch hinlegen. Weil da die Furcht Gottes ist. So eine Gegenwart Gottes. Aber es bringt uns nie zur Depression. Es erhebt uns. Warum? Weil Heiligkeit ist verbunden mit der Herrlichkeit Gottes. Also die Heiligkeit wird offenbart werden hier an unseren Orten. Und wir werden nicht depressiv sein. Wir singen einfach Gott, du bist heilig. Ich fürchte meinen Gott. Aber gleichzeitig kommt der Heilige Geist und erhebt uns zur Herrlichkeit Gottes, wo wir aufstehen. Und das ist mein letzter Punkt. Die Bibel sagt, während wir an diesem Ort sind, dieser Ort der Einheit, im heiligen Ort zusammenzukommen, kommt die Herrlichkeit Gottes. Und dann gibt er uns die Autorität und wirklich aufzunehmen und zu erheben. Nicht nur auf den Knien zu kommen, sondern uns zu erheben und unseren Mund zu öffnen mit Autorität und zu sprechen zu den alten Toren und zu sagen, öffnet euch! Und während ihr sagt, öffnet euch! Habe ich gute Neuigkeiten für euch! Hinter diesen geschlossenen Türen in deinem Leben hinter dieser Tür da wartet jemand der wirklich durchmöchtet die Tür und du kämpfst mit Krankheiten und die Tür ist vielleicht zu für deine Finanzen und die Türen sind vielleicht zu vor deinem Gehen sogar ist die Tür vielleicht zu um Gottes Gegenwart zu erleben aber ich habe gute Neuigkeiten für 2024 das ist dein Jahr um euch aufzustellen auf die Autorität die Gott dir gegeben hat und auf die Tür zu schauen und mit Autorität zu sagen alte Tore seid geöffnet in Jesu Namen und ihr wisst ja was passieren wird den Moment während ihr das mit der Autorität Gottes sagt wird diese alte Türen hier vor die Tür dieser Jahre zu war die Tür wird sich öffnen und ratet mal wer wartet hinter der Tür der König der Herrlichkeit der da hinten dran gewartet hat um in dein Leben reinzukommen um sich selbst eine Herrlichkeit zu manifestieren 2024 ist das Jahr vor der geschlossenen Tür deine geschlossene Tür wird geöffnet werden nicht für deine eigenen Ziele nicht für deine Promotion deines Projektes sondern dass der König der Herrlichkeit reinkommen kann in den Ort gleich wieder zu Josef ins Gefängnis gekommen ist Josef war im Gefängnis es war unfair und er war in diesem peckigen Gefängnis und er hat Träume bekommen Prophezei Gott hat so klar über sein Leben gesprochen aber er verrottet am Gefängnis und gewartet auf den Tag aber eines Tages wurden die Türen seines Gefängnisses geöffnet sie wurden geöffnet und der König der Herrlichkeit ist in das Gefängnis reingekommen und er hat Josef an der Hand genommen und hat ihn rausgeführt aus dem Gefängnis um ihn in die höchste Position in Egypt um ihn in die höchste Position zu setzen um das Land zu retten um das Land zu retten und seine Familie zu retten und ich bitte euch, dass ihr aufsteht auf dem Gefängnis ich möchte, dass du zu dieser Tür springst dass du die Tür bittest aufzugehen und die gute Neuigkeit ist und der König der Herrlichkeit der König der Herrlichkeit will come er wird reinkommen wer ist der König der Herrlichkeit? der Herr stark und mächtig der Herr unbesiegbar im Kampf der Herr der Herrscharen er ist der König der Herrlichkeit und ich möchte, dass ihr alle eure Augen schließt wenn du hier bist und du dein Leben noch nie Jesus gegeben hast möchte ich dir etwas sagen da ist immer Widerstand zu geschlossenen Türen und die werden auch Widerstände geben da ist auch Widerstand aber wenn du die Tür bittest aufzugehen mit der Autorität des Herrn dann ist es der Herr der Herr wird es tun nur eine der Türen vielleicht keine Tür dann ist es eine persönliche Bezeichnung und heute viele in diesem Ort die vielleicht zu Hause zuschauen da ist jemand an der Tür deines Herzens der Herr anklopft in Offenbarung 3 Vers 20 reist schau, ich stehe an der Tür und klopfe an und es ist der Herr der Herrlichkeit der König der Herrlichkeit der klopft an deine Tür deines Herzens und wenn du seine Stimme hörst öffne die Tür und das ist nicht das Werk des Herrn es ist du, du musst dein Herz öffnen aber die gute Neuigkeit ist wenn du dein Herz öffnest die Tür deines Herzens der Herr der Herr der König der Könige der vor 2000 Jahren ans Kreuz ging er für deine Sünden gestorben ist und wenn du umkehrst von deinen Sünden seinen Namen anrufst dann wird er dich nicht nur retten aber die Bibel sagt auch er wird in dein Leben kommen und er wird mit dir ein Mahl teilen heute ist der Tag der Herr möchte dein Leben reinkommen er möchte die Herrlichkeit die Herrlichkeit des Himmels in dein Leben du lebst vielleicht hier in der Hölle auf dieser Erde und das ist der Grund warum der Herr an dein Herz antworten und heute wären alle ihre Augen zuhören wenn du sagst Jean-Luc ich höre die Stimme des Herrn er möchte in mein Leben reinkommen ich bin ein Sünder ich bin ein Sünder und ich möchte umgehen und den Namen des Herrn anrufen und dass er mein einziger Gott wird mein einziger Retter und dass er an meinem Tisch sitzt und dass ich mit ihm essen kann was bedeutet das zu essen? es heißt Beziehung mit ihm zu haben alle haben die Augen zu wenn es okay ist, Jean-Luc ich brauche Jesus ich bin ein Sünder und heute möchte ich mit Gott in Recht kommen ich höre das Klopfen an meine Tür und ich möchte sie wenn du ja dazu sagen möchtest und du möchtest, dass Jesus in dein Leben reinkommen ich möchte, dass du deine Hand hebst wenn du noch nie Jesus gegeben hast oder du bist zurückgerutscht in Sünde lebst ich möchte, dass du deine Hände jetzt hebst jetzt erhebe deine Hände und ich möchte für dich beten ich sehe die Hände der Person da ich sehe die Mann da ich sehe die andere Person da ich sehe die andere Person da ich sehe die andere Person da noch jemand ich sehe die andere Person da ich werde diesen Ort nicht verlassen ich werde diesen Ort nicht verlassen ohne mit Gott in Recht zu kommen ich möchte die Tür öffnen um den Herrn zu erlauben dass er nicht nur meinen Retter wird sondern mein einziger Gott sondern mein einziger Gott wenn das dein Wunsch ist erhebe deine Hände dass ich für dich beten kann und ich kann für dich beten und ich sehe auch deine Hände somebody else somebody else just lift up your Hände ich habe eure Hände schon gesehen erhebe deine Hände ich habe eure Hände schon gesehen somebody else ich sehe die Hände dort sehe ich ich sehe die Hände behind dort hinten die Hände sehe ich ich sehe die Hände over there und während der Zeit mache ich ein kurzes Gebet und ich möchte dass jeder dieses kurze Gebet mitbeite sagt Herr Jesus jeder in Raum und besonders die die ihr Leben Jesus geben möchte sagt Herr Jesus ich bin ein Sünder und ich bereue meine Sünde und ich kehre um von allem und ich sage meiner Sünde mich los und ich mache mein Glauben setze dich in dich an diesem Morgen schaue ich auf dich und ich errufe deinen Namen und ich sage Jesus rette mein Leben Jesus rette mich rette meine Sünde und ich öffne mein Herz werde du mein einziger Herr und rette mich in Jesu Namen im Glauben empfange ich dich im Glauben empfange ich die Vergebung meiner Sünden und ich möchte dir dienen in Jesu Namen in Jesu Namen wenn du dieses Gebet gesprochen hast am Ende dieses Gottesdienstes bitte ich dich nach vorne zu kommen am Ende des Gottesdienstes kannst du nach vorne kommen und Leute werden für dich beten sie werden dir auch Materialien mit an die Hand geben zu helfen dass du rechts ein Günger zu sein auch im Internet wenn du da bist gehe sicher dass du dich verbindest hier mit dieser unglaublichen Gemeinde sie werden dir auch helfen selbst wenn du weit weg wohnst und jetzt möchte ich hiermit abschließen und jetzt möchte ich hiermit abschließen ich weiß wenn ihr Zeit schön lang verlinkt tut mir leid aber ich möchte noch eins sagen dieses Morgen glaube ich dass viele Türen geöffnet werden und deswegen singen wir jetzt wir fallen nieder wir fallen nicht runter um einzuschlafen wir fallen runter mit Energie und Autorität wir gehen auf unsere Knie um den Herrn zu ehren und auf unseren Knien da wird etwas passieren weil ich werde wieder aufstehen und ich werde mich erheben auf meine Füße dass ich fähig sein werde um die Tür zu schweißen und die Tür wird heute geöffnet werden wenn du geschlossene Türen in deinem Leben hast die geöffnet werden müssen heute und du glaubst dass es passiert während wir dieses Lied singen lade ich dich ein nach vorne und lass es uns zusammen singen und während wir dieses Lied singen lass uns erwarten dass etwas passiert noch ein paar Minuten und ich verspreche dass wir nicht bis 4 Uhr hier sein ich muss für jeden und ich werde mein Fasten brechen und essen und dann muss ich wirklich meine Türen machen aber heute lade ich dich ein nach vorne und sing mit mir, wir fallen nieder und sing mit mir, wir fallen nieder und sing mit mir, wir fallen nieder und ich verspreche, ich bleib uns an und die Schaefer zu schweißen The greatness of Your mercy and love And the fear Of Jesus So we cry Holy Ghost Let's cry out this morning The holiness of God The holiness of God We are not looking at our problems We are not looking at our luck Because by faith We have righteousness By faith We are forgiven And we can sing boldly We cry Holy is the Lord Oh Jesus Worship the Lord Even if you are unison Don't look at your problem Turn your eyes to Jesus And start to cry out Holy, holy Let's sing it with the angels Those who are already in heaven We sing it with the angels We sing it with the angels Holy and holy and holy That's why we lift For dancing and hear We cry Holy is the light And we fall down Oh, and the fear That's why we sing it with the angels We cry Holy, holy That's right Holy, holy We cry Holy, holy With all our strength Little dead We cry out Holy, holy Holy, holy Say it again Holy is the light One more time We cry holy We cry holy We cry holy Holy, holy Holy We cry holy And I invite you to stand on your feet Stand on your feet Lift up your hands And sing it Hold it With no accusation Because the devil is the accuser Jesus made you right He purified you He sanctified you That you can enter Hold it to the presence of the Lord And hold it You can go to the city The mountain of holiness And now we sing it And we sing it With confidence With good And safety Hallelujah Now as you are at this position of authority I want you to look at the closed door And I want you to put a name on this door And as you look at this door I want right now You will say all together With the authority that God gives My friend, I see the anointing of the Holy Spirit Coming right now upon you now Because you cannot open this door By yourself It's not the decibel That will open the door It's your faith In this almighty God 2024 2024 Is the year of faith And we're going to stand by faith Declaring the promises If you are sick We believe that through the signs of Jesus There is healing If you are in lack of financing If you are in lack of financing He is God's chiring And He says He will provide to all your needs According to His richness That for today As the anointing is coming over you I release this anointing of the Holy Spirit Coming right now over you Receive this anointing Here on this place Or at home And now together I want you to open your mouth As big as you can And you look With your spiritual eyes In your spiritual eyes You can even open your eyes Physically And in the spirit You go now to this close door And together we say Ancient doors Ancient doors Ancient gates Open up Say it again Open up Right now And then you put the name of your gate Put the name of your doors The lack of finances Open up Depression Open up I want you to say out loud Challenges Open up No job Open up No house Open up Blocked in jail Und im Gefängnis Open up Öffne dich Turning around Open up Öffne dich I want you to say one more time Open up Öffne dich Say again Tag ist nochmal Tag ist nochmal Tag ist nochmal And as you declare that Und während du das proklamierst Now by faith Jetzt im Glauben You do believe Jetzt glaubst du That the God Almighty He is opening this close door He is opening up right now And I want you to lift up your hands And start to worship Because behind this door There is the King of Glory The King of Glory Let the King of Glory Enter your place Let the King of Glory Invent your life Let this King of Glory Invent his land Therefore we can worship And I say welcome to the King And I want you to welcome this King By faith Welcome the King of Glory In your life Welcome the King of Glory When you leave this miracle Can you give a clap On the Lord Give a clap To the King of Glory And let's start Welcome Jesus Welcome Jesus In faith my life With your glory In faith my family With your glory In faith my finances With your glory Invade Germany In Germany In Europe With your glory In Jesus' name Hallelujah 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 He is entering My friend He is entering Allow him to put his feet And to enter He is coming in on his white horse Entering with glory Er kommt mit seinem weißen Pferd In der Herrlichkeit In dein Leben And things will be changed And things will be changed If you put faith in him In Jesus' name Just lift up one more time Your hearts And allow him to invade you With his glory With his glory I say his glory And the glory doesn't put you down It is elevating Sondern sie wird euch erheben To where he is The glory of God Die Herrlichkeit Gottes Glory is the Lamb Noch einmal erhebt eure Hände Ich weiß die Zeit ist schon vorbei Ich werde das Mikro bald abgeben Aber ich führe die Herrlichkeit Gottes Die möchte in dein Leben kommen Viele von euch braucht die Herrlichkeit Gottes Und es ist in eurem Herzen angefangen Aber gleich wo die Tür zu war Und ich sage euch Da passiert jetzt etwas Ihr werdet zurückgehen zu eurer Familie Wo wirklich Kämpfe waren Der König der Herrlichkeit Kommt in deine Familie Dein Haus wird anders sein Die nächsten Monate Weil er reinkommt Er kommt mit seiner Herrlichkeit Zu deinen Brüdern und Schwestern Mutter, Vater Er wird sie anruhen Der König der Herrlichkeit Kommt rein in deine Familie Er kommt rein und er greift den Ort Wo du wohnst Wo du mit deinem Nachbarn kämpfst Die Herrlichkeit Gottes Kommt und bricht rein in deine Nachbarschaft Und deswegen erhebe deine Hände Und bete ihn an Beten, anbieten ist der Weg Um den Herrn der Herrlichkeit willkommen zu heißen Und passiv ist es nicht der Lobpreis Sondern es erlaubt den Herrn der Herrlichkeit Rein zu kommen in dein Leben Wo der Heilung Wo der Himmel ist Heaven ist invading this region I feel revival is coming here I feel it, Pastor Demir Something is happening here Is that the reason we live? Das ist der Grund, warum wir unsere Stimmen erheben We crown you now with many crowns You reign victorious You are high and lifted up Jesus, Son of God Son of God Jesus, Son of God The Darling of Heaven Her Liebling des Kindes Crucified Her Kreuzing Wordy is the Lamb Wordy is the Lamb Wordy is the Lamb With all the instruments Let's sing it Alle Instrumente, lass uns singen Wordy is the Lamb Let's start again Wordy is the Lamb With all the instruments With all our voices Wordy is the Lamb Sit it on the throne Sit it on the throne In control of everything In control of everything We crown him now With many crowns You reign victorious You reign victorious And this year You will give us the victory The victory of the Savior The victory of the Savior And lift you up Jesus, Son of God Another Lord Come on Vielen Dank.